Das Tanzstück Goldberg in der Konzeption und Choreografie des Nürnberger Ballettdirektors Goyo Montero ist ein Abend, der sich durch mehrere Aspekte hervorhebt. Das Programm wurde bereits vor zwei Jahren disponiert, jedoch aufgrund der pandemischen Lage verschoben. Die ungewöhnlich lange Vorbereitungszeit verschaffte dem Choreografen Raum, sich sehr intensiv mit dem Werk zu beschäftigen. So entstand eine Reflexion über die vielfältigen Geschichten und Dimensionen von Träumen. Goyo Montero sieht in Goldberg nichts Geringeres als eine Studie über unsere menschliche Existenz. Das Werk ist auch im Hinblick auf die Tanzsprache und die Zusammenarbeit mit dem hauseigenen Tanzensemble speziell. Das Stück ist eine sehr persönliche und intime choreografische Arbeit, die Montero für jede einzelne Tänzerin und jeden einzelnen Tänzer maßgeschneidert hat. Die Nürnberger Kompanie besteht aus äußerst diversen, facettenreichen Persönlichkeiten, deren Individualität in den Vordergrund gerückt wird. Zudem ist der Aspekt der Musikauswahl hervorzuheben. Johann Sebastian Bach ist ein Komponist, zu dem Montero immer wieder zurückkehrt. Er bedeutet für ihn die Ursprungsquelle von Musik überhaupt. Bereits in vergangenen Choreografien wie zum Beispiel Monade oder Vasus Communicantes beschäftigte Montero sich mit dem Oeuvre Bachs und schuf sehr persönliche Choreografien. Die berühmten Goldberg-Variationen begleiten Montero nun schon seit über 20 Jahren sehr intensiv. Er interpretierte sie selbst als Solist an der Deutschen Oper Berlin in der ikonischen Version des Schweizer Choreografen Heinz Spörli. Seitdem hegte Montero den Wunsch, selbst eine Choreografie zu diesem berühmten, berührenden musikalischen Meisterwerk zu schaffen. Die Komposition Bachs mit dem Originaltitel Klavierübung bestehend in einer Aria mit verschiedenen Veränderungen nimmt einen besonderen Stellenwert in der Musikgeschichte ein. Sie gilt noch heute als Werk der höchsten Variationskunst und ihre Laufbahn begann tatsächlich hier in Nürnberg. Die Goldberg-Variationen, so der bekannte und kürzere Titel, wurde 1741 in Nürnberg bei Balthasar Schmidt gestochen und verlegt und vor Ort erst veröffentlicht. Die Reichstatt Nürnberg galt damals unter anderem als tragender Ort für den Buch- und Notendruck. Bachs Autograf existiert leider nicht mehr. Jedoch wurde 1975 ein einwandfrei Bach-zuzuschreibendes Handexemplar des Erstdrucks aufgefunden, das handschriftliche Anmerkungen des Komponisten enthält. Ein Fund von sehr großer Bedeutung. Auch für Goyo Montero haben die Goldberg-Variationen eine weitere besondere Bedeutung, da der Choreograf die Komposition Bachs auf zwei Komponenten aufgebaut sieht. Zum einen bedient sich der Komponist einer kunstvollen musikalischen Architektur, deren planvoller Aufbau an mathematische Formstränge erinnert. Trotzdem berührt die Musik den Zuhörer unmittelbar. Bach hatte die Fähigkeit, Emotionalität an seine Zuhörerschaft zu transportieren. Er erlitt selbst viele Verluste, allem voran der plötzliche Tod seiner geliebten Frau Maria Barbara Bach mit 35 Jahren, als er selbst sich im Gefolge seines Dienstherrn im fernen Karlsbad aufhielt. Auch verlor das Ehepaar mehrere Kinder. Bei Bachs Musik geht es um das Menschliche, um das Verstörte und Leidende, letztendlich aber auch um den Jubel und die Aufhellung, wenn Bach in seinem unerschütterlichen Gottesvertrauen einen inneren Frieden findet. Goyo Montero sieht Bach also als Architekten von Emotionen und geht mit seinem Tanzstück ebenfalls in die Tiefe. Er begibt sich in die tiefen Schichten von Psyche, Emotionalität und Bewusstsein. Wie eingangs erwähnt, dreht sich alles um das zentrale Thema des diffusen Raumes zwischen Schlafen und Wachen, dem Traum. Hierbei spielte als Inspiration sicherlich die berühmte Anekdote um die Namensgebung der Goldberg-Variationen eine Rolle. Laut des Bach-Biografen Johann Nikolaus Forkel sei Bachs Aria mit verschiedenen Veränderungen für den russischen Gesandten am Dresdner Hof, der mit der Familie Bach befreundete Graf Hermann Karl von Kaiseling, verfasst worden. Der in dessen Diensten stehende Cembalist Johann Gottlieb Goldberg, ein hochbegabter Schüler von Vater und Sohnenbach, sollte dem Grafen daraus vorspielen, um ihm lange Nächte zu zerstreuen. Der Wahrheitsgrad dieser Legende sei dahingestellt. Um nun ein choreografisches Buch der Träume zu schreiben, beschäftigte sich Goyo Montero in den letzten Jahren intensivst mit Schlaf- und Traumforschung. Neben einer Bandbreite an philosophischen Werken, diente diesmal auch die Neurowissenschaft als Quelle für Inspirationen. Allen voran sei das Werk »Orakel der Nacht« des brasilianischen Neurowissenschaftlers Siddhartha Ribeiro erwähnt. Es ist eine Studie über die Bedeutung von Träumen. Ribeiro sieht diese als wichtigen Bestandteil der Persönlichkeitsbildung an und bringt interessante Beispiele aus verschiedenen volks- und ethnischen Gruppen an. Wie werden diese Inspirationen nun auf die Nürnberger Opernhausbühne transportiert? Umgesetzt wird das Konzept um das Buch der Träume im Bühnenbild von dem spanischen Kollektiv Kurt Ellen Wilmer und Letizia Garnan. Sie haben ein Raum-im-Raum-Konzept geschaffen, ein schlichtes Design mit durchlässigen Wänden und Spiegeleffekten im Tanzboden, in dem Verwandlungen möglich sind. Solch ein Konzept ist jedoch eine spezielle Herausforderung an das Lichtdesign. Die Scheinwerfer werden durch den Raum in Raum verdeckt. Es sind keine Gassen für die üblichen Beleuchtungen von Ballett von der Seite möglich und die Spiegelungen erschweren ein klares Bild. So wurde der renommierte Lichtdesigner Martin Gebhardt vom Opernhaus Zürich, der mit Montero bereits 2018 das Tanzstück Submerge realisierte, nach Nürnberg engagiert. Gebhardt schafft zusammen mit dem Bühnenbildkollektiv variantenreiche Lichtreflexe, versetzt mit farbigen Stimmungen und die raffinierten Spiegelungen durch den Tanzboden vervielfältigen die Bewegungen des Tanzensembles auf eindrückliche Weise. In Monteros Konzept trifft der Zuschauer zudem immer wieder auf Doppelungen, Wiederholungen und Vervielfältigungen. Sie spiegeln sich in der Choreografie und in der Musik wieder. Johann Sebastian Bach komponierte auf eine Arie mit einer Basslinie als Basis, die in 30 Variationen verändert wurde. Hieraus verwendet Montero und Ballettkomponist Owen Belton insgesamt 26 Variationen. Es sind acht im Original von Bach gehalten, interpretiert vom hauseigenen Pianisten Daniel Rudolph sowie alternierend vom Gastpianisten Patrick Hevre und der Staatsphilharmonie Nürnberg unter der musikalischen Leitung von Bern Hüstege. Owen Belton, langjähriger musikalischer Partner von Goyo Montero, unterlegt der Choreografie sein facettenreiches Sounddesign, erzeugt künstliche Klänge, indem er vorhandene Motive aus der Originalpartitur der Goldberg-Variationen behutsam bearbeitet und so in eine atmosphärische Basis für weitere Melodien, Sounds und Gesang entstehen lässt. 18 seiner Werke werden teilweise von der Staatsphilharmonie live gespielt und teilweise per Tonband eingespielt. Zusammen bildet dieses Gebilde einen organischen Klangkörper. Owen Belton gibt den Bachschen Variationen unter anderem eine andere Klangfarbe. Sie verdüstert sich zunehmend, was unter anderem an der Wahl der Instrumente liegt. Belton verwendet andere akustische Instrumente wie im Original, aber auch elektronisch erzeugte Instrumentenklänge. Dies ist möglich durch die sogenannte Granularsynthese, ein Begriff aus der Computermusik. Hierbei werden künstliche Klänge mithilfe von zum Beispiel Synthesisern erzeugt. Einfach ausgedrückt werden Klänge zerlegt und neu zusammengesetzt. Es handelt sich um eine Art Sampeln. Bachs Komposition ist natürlich in allen Variationen präsent. Besonders hervorheben möchte ich gerne die Variation 7 mit dem Arbeitstitel Humming zu Deutsch summen, als Hommage an den großen Interpreten der Goldberg-Variationen Glenn Gould. Seine Sturm- und Drangaufnahme von 1955 galt als Vorlage für das musikalische Konzept von Montero und Belton und zeichnet sich durch ihren rasanten Rhythmus und die schnellen Anschläge aus. Der kanadische Ausnahmekünstler Gould summte zu seinem Spiel. Owen Belton verwendet in der Variation 7 nur seine eigene Stimme, die er mithilfe der bereits erwähnten Computertechnik verfremdet. Die Stimme spielt auch im weiteren Verlauf des Tanzstückes eine tragende Rolle in einer Art gesellschaftszusammenführenden Ritus. Nun möchte ich gerne auf das Kostümbild von Salvador Mateo Andujar zu sprechen kommen. Es gliedert sich in zwei Teile. Zu Beginn des Tanzstückes tragen die Tänzerinnen und Tänzer schlichte schwarz-weiße Trikots und im weiteren Verlauf schwarz-grau-schimmernde Bodysuits. Die Inspiration für die schwarz-weißen Trikots liegt in der analogen Fotografie im Phänomen der Pseudosolarisation, die in den 1960er Jahren beliebt war und von dem Dadaisten Man Ray 1931 bereits perfektioniert wurde. Es ist ein Phänomen der Dunkelkammer und entsteht durch starke Belichtung. Der Effekt ist der der Umkehrung. Es entsteht ein Negativ, ein Bild mit starken Kontrasten. In unserem Fall wurden alle Ensemble-Mitglieder fotografiert und das Negativ auf den Lycra-Stoff gedruckt. Somit entstand ein sehr persönliches Bild und wir können davon sprechen, dass die Tänzerinnen und Tänzer ihr Inneres nach außen tragen. Der zweite Teil des Kostümbildes ist wie eine Art Sandwich, wenn man so möchte, aufgebaut. Es handelt sich um einen metallisch glänzenden Stoff, der zwischen zwei Tüllstoffe gewebt wurde. Der Effekt ist ein schimmernder, oszillierender, der an die Konsistenz von Quecksilber erinnert. Hier ist die konzeptionelle Idee der Zwischenwelten wiederzufinden. Wir befinden uns zwischen den Elementen, zwischen fest und flüssig und genauso wie ein Traumbild, nicht greifbar und sehr diffus. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Goyo Montero mit Goldberg ein sehr persönliches Tanzstück geschaffen hat, da er auf besondere Weise mit seinem Ensemble gearbeitet hat. Montero schöpfte aus ihrem Bewegungspool, um dem Ausdruck der Tänzerinnen und Tänzer Raum zu geben. So ist ein fruchtbarer Austausch entstanden. Die Individualität des Einzelnen wird jedoch berücksichtigt. Trotzdem auf der Bühne immer wieder Momente entstehen, in denen alle Ensemble-Mitglieder zu einem Körper zu verschmelzen scheinen und gemeinsam atmen. Goldberg stellt ein intensives Tanzstück dar, das die Lust am Tanz zelebriert. Ich wünsche Ihnen viel Freude damit und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.